So, da sind wir wieder und wir machen jetzt weiter. Es war lange bevor ich in die Royal Knight Academy ging und ich habe mich selbst in einem Dorf in den Bergen wiedergefunden. Und ja, Sepp hat es geschafft, sich vollständig von dem Roycebury-Syndrom zu heilen. Und nun ist in ihm eine Kraft, welche deutlich stärker ist als die eines normalen Menschen. So, und es ist eher so, dass er es geschafft hat, diese übermäßige Kraft zu kontrollieren, als dass er dieses Syndrom besiegt hat. Und nachdem er die Dokumente von Stolge gelesen hat, hat er halt herausgefunden, dass dieses Roycebury-Syndrom nur ein Experiment war oder nur die Nachwirkungen eines Experimentes, bei dem geschaut werden sollte, was passiert, wenn man die Zellen von Dark Elfen in Menschenreihen operiert. Ähm, und seltsamerweise, einander von tausend ist nicht einfach nur gestorben, äh, sondern sie wurden zu etwas zwischen Elfen und Menschen. Ähm, Menschen konnten die Transformation, äh, konnten der Transformation nicht, äh, nicht, nicht standhalten und starben, während Elfen in Zippehermhaus wurden. Und er, der offiziell einzige Überlebende, äh, ist ein Mensch geworden mit der Kraft eines Dark Elfen. Und die Hälfte seines ursprünglich schwarzen Haares, äh, wurde weiß. Als ein Nebeneffekt. So, und die, die Regierung würde so ein, würde so jemanden oder so etwas nicht einfach nur gehen lassen. Äh, deshalb wurde er großgezogen, um die ultimative Waffe für die Regierung zu werden. Sie haben ihm jegliche Tötungsarten beigebracht, äh, sodass er in der Lage ist, jegliche andere Life, äh, äh, Lebensform zu zerstören, beziehungsweise zu töten. Er hat die Kraft bekommen, aber sein Herz war schwach. Und deswegen rannte er, oder deswegen ist er aus deren Institutionen weggelaufen. Grimm hatte Recht, er ist weggelaufen. Na? Na, das sieht doch ganz nach seiner Meisterin aus. Ha, ha, wer bist du, Bitch? Alles klar, sehr freundlich. Sachiyo. Äh, sie kommt also aus diesem, aus dem fernen Often. Sachiyo, Happy World. Ich dachte, Welt bedeutet Sikai. Naja, ist ja, auch wurscht. Er nennt so weiterhin Bitch, alles klar. Er hat... Ja, smack ihn. Hat ihm einfach eine geballert. Und trinkt weiter, als wäre nichts passiert. Du kannst dich einfach an den verletzten Jungen geschlagen. Ja, war klar. Sie kommt aus Yamato. Achso, sie hat ihr Haus so gebaut, wie es in Yamato üblich ist. Sowiert. Und sie kann zumindest verstehen, weshalb er so fühlt. Irgendwie. Achso, und sie war auch einer der Victor Knights. Okay. Und sie war auch in den Special... Äh, okay. Und so kann man dann auch dort hin. Alles klar. Achso, und weil dort, wo die jetzt sind, oder zu dem Zeitpunkt waren, öfter stärke Monster auftauchen, war permanent einer der Special Forces dort gestationiert. Demnach ist sie nicht der Captain, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und Sachiyo hat sich dafür freiwillig gemeldet. Achso, er wollte auch relativ fix wieder dort weg. Ähm, sobald sich die Gelegenheit bietet und er auf eigenen Beinen steht, aber das hat sich dann doch irgendwie erledigt. Achso, und um ihr nicht nur auf der Tasche zu liegen, hat er beschlossen, dass er ihr bei der Ausführung ihrer Pflicht hin hilft. Also hat er so gelernt, wie ihr Monster schlachtet. Okay, also seine physischen Fähigkeiten waren deutlich höher als ihre, aber sein... sein Schwertkampf war halt eher kindlich. Und Sachiyo hat ihm... alle Schwerttechniken beigebracht, ähm... wenn sie gerade Freizeit hatte. Also und laut ihrer Aussage war das nur damit, sie es ein bisschen leckerer angehen konnte, wenn er stärker wäre. Aber Sepp glaubt, dass das nicht die einzige Begründung sei. Achso, und dann haben sich beide regel... äh, regelmäßig nachts besoffen. Hä? Also sie hat Sakegi getrunken und eher Grüntee. Wow. Und sie hatte überhaupt keinen Grund, Ritter zu werden. Sie... wollte es einfach. Also sie tut nur, was sie denkt, was richtig soll. Sie wollte immer ein Superheld sein. Okay. Okay. Na, sie macht es nur für Geld. Okay, ja. Was auch immer. Oh, man. Okay. Also er wollte, dass das so eigentlich immer weitergeht. Aber irgendwas... ist wohl passiert. Alles klar. Ein roter Mond. Ah, das... wurde komplett platt gemacht. Oh, sie hat gekämpft und wurde... ja, zusammengeschlagen. Oh, ein Kratzer. Oh, ein silberner Behemoth hat ihr also eine geballert. Sie ist dann aus dem Dorf in den Wald geflogen. Und dann hat's... das Dorf zerstört. Na, was hat er denn Traum? Für einen Traum. Sie hustet Blut und Fleisch hoch. Alles klar. Erster bevor sie stirbt, möchte sie seinen Traum erfahren. Okay. Wir wissen nicht, was er ihr wirklich gesagt hat. Aber wir wissen, dass sie es gut fand. Und dann ist sie gestorben. Mit nem Lächeln. Alles kaputt hauern. Also, er hält nichts davon, das Land selbst, äh, sicherer zu machen, weil das ist nur etwas, womit die Nobles oder, oder die in höheren Positionen, zumindest jene mit Macht, ähm, als Ausrede genommen haben, damit die sicherer sind. Und jetzt tut das trotzdem. Er hat viele Sachen, die er beschützen muss, und selbst wenn das bedeutet, dass er dafür stirbt. Falke. Südlich von Victor. Okay, also, wenn ich daran denke, dass die Victor Knights, ähm, noch relativ am Anfang dieses Pro, dieses Pro, äh, Projektes, ziemlich Probleme mit nur ein paar Behemoths hatten, ähm, dort Regi, oder, oder dort mehrere Leute bei gestorben sind von den Special Forces, und es halt nicht viele waren. Es waren halt nur so kleinere Packs. Und jetzt, gut, von Seb wussten wir es, aber jetzt taucht da so ein Falke auf, und schlachtet da hunderte ab, und denkt sich, ja, pff, wurscht. So, an, dem, demnach, ich wage zu behaupten, dass die, die die Special Forces vorher hatte, an, an Rittern, dass die einfach nur Banane waren. Die waren halt einfach nur Kacke. so, und, ja, er schlachtet jetzt einen nach dem anderen ab, und ist schon bei einem Killcounter von über 100. Der Himmel war gefüllt mit Behemoth, und allein der Anblick lässt ihn krank werden. Achso, Annette und der Commander kümmern sich um den Norden, und deswegen ist er der Einzige, auf den man sich hier im Süden verlassen könnte. Okay, irgendwer will sich schon um die kümmern, die du durchlässt. Alles klar. Achso, sie kümmert sich drum. Ja, dann, ja, dann gibt's doch gar, gar keine Pro- Probleme. Ich habe nicht für nichts so lange überlebt, alles klar. Also, Elisa kämpft mit den Veteranen etwas weiter hinten, und fängt die Behemoths ab, die an Falke vorbeikommen. Ähm, damit halt alles ausgelöscht wird. Okay, sie haben einfach nur ihrer Leitung gefolgt, während sie durchdreht und, äh, scheint zu funktionieren. Da, stirbt er. Ah, Minerva ist auch da. Achso, okay, Minerva ist stark genug, um das abzufangen. Okay. Oh, die scheinen ja doch irgendwie Spaß zu haben. Ah, woher ist was? Im Notfall wirst du zu einem Darkelfen und fertig ist. Annet reißt auseinander. Alles klar. Oh, sie schlachtet also die ganzen Mobs einfach nur ab und sucht nach dem Boss. Und wenn man bedenkt, dass die Behemoths die normalen für andere schon Bossmonster sind und sie die Viecher wie Mobs behandeln, ist ja schon echt heftig. Also auch im Norden ist es so wie im Süden, dass dort unzählig viele sind. Achso, und wenn es so weitergeht, wird sie sterben, bevor sie ihre Trumpfkarte überhaupt benutzen kann. Und ich wage zu behaupten, dass ihre Trumpfkarte die Ververwandlung in den Dark Elf ist, weil ich glaube, dass das Projekt auch bei ihr durchgeführt wurde, das Experiment. Ähm, und dass sie allerdings die einzige oder eine der wenigen Überlebenden ist, bei denen es dann auch funktioniert hat. Na, was passiert? Cliff scheint zu beschäftigt zu sein. Ah, er steht mit dem Rücken zur Wand. Er weiß auch nicht mehr genau, was er jetzt sagen soll. Okay, und das sind wohl... Also er fragt sich, ob das die Behemoths sind, die sich jetzt über die letzten paar Monate alle versteckt haben, um ihre Zahlen zu erhöhen. Aber es waren selbst dafür viel zu viele. Ah, einer der Silbernen. Alles klar, und der ist Backcliffe. Er hat Annette also angelogen. Der Behelt, der Silberne ist nicht im Norden, sondern im Süden. Ah, das ist kein normaler Behemoth. Achso, der spricht auch. Er ist der Erschaffer der Behemoth und wurde beim... Beim... Oh, und wurde vom Roten Mond beschwören. Um wieder auf der Erde zu wandeln. Okay, Cliff töten ist der sicherste Weg, seinen Sieg zu sichern. Er hat es gerade geschafft, den Flammenatem auszweichen. Erchantet, okay. Okay. Die beiden necken sich. Okay, es wäre Verschwendung, ihn hier zu töten. Äh, was hat da vor? Achso, das ist die... Das ist die einmalige Zeit innerhalb von... In tausend Jahren, dass der Rote Mond komplett aufgeht. Und er muss alle töten, die sich ihm widersetzen. Okay. Okay, er hat Cliff getötet. Okay. 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 Also, sie ist sich sicher, dass etwas passiert ist. Und sie rennt zu Cliff. Ja, sie hat Angst, sie hat große Angst und eine Verzweiflung um Cliff. Und die einzige Möglichkeit, ihre Gefühle halbwegs unter Kontrolle zu bringen, ist jetzt im Moment nur Schreien und Behemoth abschlachten. Ah, okay, wir sind wieder bei Cliff. Also, er hat ihn doch einfach so getötet, obwohl er es eigentlich nicht wusste. Okay. Also, Cliff ist wohl gestorben. Und sie hat es gerade gesehen. Ja, ja, reicht. Also, sie hat gesehen, wie er getötet wurde. Ja, das ist jetzt ein bisschen Banane. Weil er wundert sich, weshalb es nicht okay ist, einen Ritter zu töten, wenn die doch unzählige Behemoths niedergeschlachtet haben, die ja ursprünglich auch Elfen waren, wie sie selber. So, und ich würde sagen, wir machen jetzt lieber Feierabend und gehen beim nächsten Mal den Kampf zwischen Annette und dem selber Behemoth durch. Bis dann, tschö.